So, so, John, these brothers, sowas von gestern. Justin weiter zum Anbeißen. Heath Burns, abhacken. Hey Mädels, checkt mich aus. Ich brenne heute. Ganz schön aufgeblaschen. Chill mal ab, Heath. Du lahme Ente, Heath. Ich habe mehr Power in einer Kralle als du im ganzen Körper. Oho, da krieg ich ja heiße Ohren. Ihr wisst doch, Mädchen sind viel zu empfindlich für Leistungssport. Das hättest du nicht sagen dürfen. Nicht zu mir und nicht heute. Ich werde dir auf der Laufstrecke richtig Feuer machen. Du verbrennst dir die Finger. Wer die schnellste Runde läuft, gewinnt. Der Verlierer räumt die Horrorgrube auf. Abgemacht. Hier, meine Handtasche und meine Bücher, Ohrringe, Laptop, Handy, Kosmetiktasche, meine Armreifen. Hey Claude, willst du nicht zuschauen, wenn deine kleine Schwester von mir Feuer bekommt? Ich kann's nicht mit ansehen. Musste das unbedingt heute sein? Ich besuche dich auch jeden Tag und lach mich tot. Vorhang auf, Mädels. Da staunst du, was? Heute ist Vollmond. Auuu! Mädels und ich besuchen dich jeden Tag und lachen uns tot. Ah, dumm gelaufen. Ich besuchen dich. Ich außerhdrive. Wow, nein! Ahu! 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 Vielen Dank.